Trotz poncho ich bin voll überhitzt alter schwede mama langsam hier ich trinke mal noch kurz ein säftchen ja ich auch das gibt es doch gar nicht noch nicht mal fünf minuten draußen und schon überhitzt aber poncho kann sich den hasen geben der bringt ja gar nichts so richtig ausgewogen ist es noch nicht das einzige was ich bis jetzt getragen habe was wirklich was nützt ist der liter dass da alles andere ist verpufft ich würde erst mal sagen wir gehen erst mal hoch oder von oben nach unten müsste das haus ja recht sein ok 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 da ist was leuchtendes das ist doch in ordnung ich glaube wir sind richtige männer wenn man dabei machen die kopf fertig hast du irgendwas schnell zu schießen ja schrotze ich habe doch keine antwort auf den mit dem anderen grünen machen ich klopfe kurz an ja geh doch da nicht rein willst du auf den bau wie viele grün ist denn hier das grüne ist aus schranken oh scheiße jetzt schon wieder grün ja was war das oh scheiße das war knapp holy shit das war heftig ich brauche jetzt noch ein bisschen wie konvalistenz ich habe da noch 15 leben welche droppen 15 willst eine bandage wenn die bandagen habe ich normale bandagen habe ich wenn ich habe keine ahnung was mich da erwischt hat aber irgendwie waren dann 80 der hat mich ein 1 1 schlacher da mir reingehauen und das war 50 helfen da redet mit aldo ich habe auch nicht mehr so viele schüsse ich habe nichts gemacht oh scheiße noch einer ja nicht gut gar nicht gut haben wir eigentlich gar kein leder mehr ok agro ping pong agro ping pong ping pong das hört sich lustig an oh mein gott wie viele glüh ich hätte die händler fest am ersten tag machen sollen ja ja ok warte bis er ziehen da kommt was raus da kommt was aus dem haus raus da kommt noch mehr oh scheiße ich werde sterben noch ein gröner der erste ist tot noch ein gröner ich bin tot meine schrotz ist gleich runter ich danke dir für die buchung auf der titanik gut im schnee zur kirche okay bis zu heim basis also wir müssen uns unterhalten der black screen das spiel abgestürzt ist hast du holz zufällig bei der red frame ist vor dir warte mal warte mal warte mal ich will was anderes ja warte warte noch habe ich scheiße ich habe keine muni mehr oh mann fuck ach mann ich habe mich auf die muni geguckt scheiße zwei grüne hätten wir noch geschafft aber das waren fünf scheiß die wand an wenn ihr wollt kann ich kann ich euch noch ein paar grüne vorbeibringen nein danke also wenn ihr noch nicht genug habt ich habe da hinten auch so sieben stück oder so pass auf da kommen sie zwei zwei stück scheiße ich habe natürlich mit spike selber hingestellt das ist gut jetzt habe ich einen scheiß perk schon wieder äh baff man du scheiße äh okay raus klasse arbeit viele grüße von sarolga an euch danke schön danke vielen grüßen zurück viele grüße zurück ja hier sind aber ziemlich viele zombies haben wir jetzt noch irgendwo leder da hinten ist die grüne okay du weißt was das bedeutet geh mal meinen ich komm wieder ja du kommst wieder aua ajo wäre in unserer nähe habt ihr meinen rucksack aufgenommen ja ich bin auch nicht wo ist mein rucksack wo ist mein rucksack ich brauche meinen rucksack sehr viel kann ich nicht mehr reißen gegen den grünen weil ich nur noch vier schrotze schoss ab ich suche meinen rucksack meiner ist nicht angezeigt zumindest ähm leute wir hatten das jetzt zugemacht ähm kann mir einer netterweise ok ich hab meinen rucksack aus dem haus rauskomme da hat jemand unten die tusten um die herumlaufen da kommt kein schuss mehr ist jemand zu hause wunderbar ich bin auf dem weg ich muss nur den ist jemand zu hause grün hier loswerden ja das wird schwer aber ihr seid auch nicht mehr im haus nein ich bin Richtung haus aber dort auch nur beide ach da ist ja noch einer scheiß klar ähm ok dann müssen wir nachher mal bei Ruhe machen lebe ich mich auch also ich glaube wir kriegen auf jeden Fall Ajo diesmal zum verzweifeln ja schon mal eine leistung wir sind denn hier auf einmal so ich bin jetzt im haus die Verzweiflung ist schon da ich kämpfe gerade mit einer Axt gegen den Faralen grünen ich würde sagen du hast verloren das war jetzt überraschend mein Problem ist ich bin rausgeflogen aus dem Spiel dann müsstet alle nochmal meine Einladung annehmen damit ich euch wieder sehe ja wenn es eine ruhige Sekunde ist alter der steht nochmal auf ne ich treffe den nicht oh nein die Einladung bleibt du musst dich nur wieder einladen oh gott das will scheiße da habe ich gerade überall drauf geklickt das ist jetzt nix passt 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 ne ne ich habe euch theoretisch erstmal wie hast du auch wieder an aber nicht richtig alter was der frisst alter Schwede er hat über 40 Feile gefressen und leckte wo man noch ja ein Stahlfeile frisst der gerade bei mir ok der sieht aus wie ein alter muss sich einladen ich gehe mal die schrotze weg wegen dem ok ich bin ja nix ja ich habe hier ich wollte ich meine ich wollte ich meine was hat mein rucksack danke ist doch scheiße ich habe den grünen draußen warum ist der so dicht bei unserem haus ich bin her gezogen habe hoffe dass er nicht weiterlein ok er hat sich jetzt zum vierten mal hingelegt der regeneriert immer wieder ja aber definitiv nein die macht jetzt hier alles kaputt die nodel hier das sind alles meine das sind alles meine was soll ich denn hier sagen der sieht aus der besteht fast nur noch aus Pfeilen hier ja das ist meiner ja das ist meiner das ist Vorsicht und noch ein Watschel Datschel ach du scheiße ok jo danke Aldo jetzt haben wir aber echt ein Problem so jetzt haben wir ein richtiges Problem die reißen uns hier die ganze Bude ab komm zurück so Aldo ich ne Quatsch ich hoffe ihr wisst was ihr falsch gemacht habt das wir haben alles richtig gemacht ihr habt nichts richtig gemacht ich quatze wie so ein Schwein ne dann haben wir ja wirklich alles richtig ok die ist down der Watschel Datschel ist noch da und der zerlegt uns gerade unten alles verdammt ne der legt doch nicht viel er ist down ne doch nicht er kommt unten durch der legt sich fünfmal in uns macht es auch Spaß wieder dabei zu sein aber wir müssen uns auch an die A7 jetzt erstmal ein bisschen gewöhnen deswegen haben wir noch nicht so viel verändert aber ich glaube die Leute haben Spaß ja ich habe Spaß er buddelt sich nach unten der Sack ich glaub das was für das reicht übrigens ich hätte ganz gerne ich brauche kein Headset mehr so richtiges mit Sprache und sowas das bräuchte ich nicht mehr Mucki so ein Sennheiser Kopfhörer reichen mir völlig aus komm hoch komm hoch komm hoch ach so ich dachte ich hätte jetzt an Bose gedacht aber ok Sennheiser ist ok ich will es nicht übertreiben Scheiße ich treffe da nicht auf die Entfernung ich habe nur noch 125 Pfeile boah das war ein Treffer er hat hier die Redding kaputt gemacht äh ja wo ist der Kerl? da vorne so mit 4 Glück Wann hab ich solltet ihr wir werden so abkacken ohne Scheiß mit 4 Glück sollten wir ja die Zombies jetzt draußen sein dass ich hier hoch kann oder? wo bist denn du? oh lecker mit dem Haus drin wo die ganzen nur grünen dritten waren ah also wer von euch an kriegt jetzt einen Arsch voll Aldo oder Mucki ja zieh mal hier rüber zieh mal hier rüber what the fuck Baby Schlumpfina da denke ich mir auch die ganze Zeit alter oh mein Mikrofon war gemiutet ah das ist praktisch also es wäre nicht schlimm wenn mir jemand hier helfen könnte immer noch bei dem selben grünen Typen ich komme gleich ich loote erst in Ruhe ich loote erst in Ruhe mach ruhig ok super ich krieg ihn gut auf Distanz zu halten das ist nicht so ich sehe wir sind uns da einig ja ich sehe das auch so uah das sind die Spikes kommen Aldo Vorsicht ja ja shit hier ist noch ein grüner warum eventuell hab ich dich getroffen ja aber so ist holy shit ist das wahnsinn ja 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 pass warum Alter da sind drei grüne drinnen in dem Häusle das geht das geht das geht dann ist ja eine Langeweile gestorben Baby Schlumpfina nicht weil ich ein ich komme mir vor wie so wie so ein Schwein mit einer Karotte vor meiner Nase scheiße ich hab gar keine Muni mehr richtig abnehmen äh kümmere dich um jetzt ist er down oder er ist down er ist down pass auf der grüne will dich ja ok ein grüner weniger wow ich bringe ein ich bringe ein ich bringe ein hier ist noch hier war ein Fall du bist noch eventuell im Scharfschützenmodus rechte Maustaste holy shit hat der hier kein Schirmat kaputt gemacht das ist nicht gut Aldo drück mal rechte Maustaste ob es dann besser geht nee nee das war wahrscheinlich gegenüber der Zahn äh so kriegt ihr das hin gegen ihn ähm ich bring nochmal ihn mit hier falls einer Bock hat eigentlich nicht und fahr da mal hin der fällt nicht der ist schon dreimal gefallen jetzt fällt er hier mal auf ihn was hab ich denn erwärmt und das geht ja guck dir das an 5 Leute da gegen so ein scheiß grün ey und und nichts passiert jetzt ist er ja wow für 296 jetzt aber der Pfeil war unnötig we are the one and only das wäre ein Kürnchen in mein Bein du bist so leid leppi blöde ähm ich hab schon 8 Rote auf der Kappe hat doch gepasst hat doch gepasst 100 Feile weniger aber ich wollte eigentlich wechseln aber ich hab's vergessen ich hab trotzdem die Maustaste losgelassen Stein aber jetzt mal ganz ehrlich 20 Minuten das Thema das kannst du knicken deine looten brauchen wir glaub ich nicht mehr nö so jetzt heißt das eigentlich nur noch Ressourcen und dann sterben wir an Hunger und äh jetzt brauch ich mal ne Home ne wir nehmen nur noch freilaufendes Wild würd ich sagen also am Tag 5 brauchen wir keine Home mehr zu Dingsen Bumsen ich konzentriere mich mal auf Stein ja ich würd auch gern Steine kloppen aber irgendwie trau ich mich nicht da unten das Loch runter zu fallen dann ist er tot ich könnte ja noch nebendran buddeln wenn schon denn schon also ich buddel mal ein Loch nebendran darf ich nochmal fragen haben wir noch irgendwo Leder ähhh ja ich glaube ich glaube ich sehe grad nichts nix nix einstecken ich schon über 100 Feile ich hab 6 Stück das ist was wie viel brauche ich denn für ein äh alter Helm Poncho Poncho äh bringt nicht so viel laut an bringt ich bin hier nur am Dauer man könnte vielleicht gucken nein du musst hier in der Wüste du musst den Ledermantel haben genau ohne Ledermantel bist du im Eimer ohne Scheiß du musst den Ledermantel haben Leder Buster ok und der ist schwierig zu kriegen wenn man nicht grad lootet ne dafür musst du looten gehen wo sind denn die Leitern die ich da eben reingesteckt hab da hab ich die gesquert oh scheiße ich würde mal sagen zwei Tage haben wir noch dann geht mal looten super Idee ja kannst du ja immer mit einem Fachchen in den Kopf wieder reingehen weil da musste ich gerade wieder rausgraben also meine Händlerquest mache ich jetzt auch nicht mehr dann müsste ich in den Haus reingehen ne 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 warum denn das jetzt so schon wieder nicht ich komm mit ey weißt du was da rauskam ich hab da ich hab immer das große Glück dass ich kaum Zombies anziehe mhm dafür dafür denn aber kopsen ich teile das das Glück gerne mit dir Alter dann sollte ich wohl bald mal looten gehen so ne grün leuchtende Fackel in der Nacht ne ne ja doch nachts ist bestimmt besonders lustig da werden die bestimmt langsamer sein auf jeden Fall stimmt das ganz sicher ganz sicher wann wann denn sonst dann sprinten nicht mehr da müssen sie erstmal nach dem Weg fragen deswegen brauchen sie länger richtig na gut dann müssen wir jetzt Ressourcen besorgen ich glaub Steine ja ich bin auch am Steine klopfen schon ich buddel mal ein paar Steine weg immerhin gibt es da auch einen Stein pro oh es leist mich trotzdem da rein zu gehen ja soll ich mitkommen ja komm ruhig her ich hab aber keine Schnellschusswaffe mehr ich auch nicht also ich hab auch zwei Patronen in der Shotgun oder so wow wow das hört sich gut an ich denke damit sind wir perfekt ausgerüstet auf jeden jetzt weiß ich warum er so viele Waffen findet da war schon jemand drin dann war ich da wohl hat aber ein Respawn ja das ist gut dafür dass nichts mehr drin ist einen Respawn zu haben das find ich immer super nett hättest du ja wenigstens mal einen Schrank noch gefüllt lassen können und welches Haus gehen wir denn jetzt? ich komm mit haben wir denn gar keinen Stein mehr übrig? ich kann nicht mal Federn nochmal äh nicht nochmal also ich bin am Steine farmen allerdings dauert das eine ganze Weile ich hab 1000 einstecken wow ich will da bloß ein paar Federn verbrauchen ja ich würde aber ich darf jetzt nicht nochmal zurück weil ich renne ständig zum will ständig farmen gehen äh Cap warte hier weiter farm du mal farm du mal nein beider brauchen auch Leder äh quatsch äh wie heißt das Zeug danke oh ja danke das macht erstmal ein bisschen was ich hab brüderlich geteilt denn herzlichen Dank brüderlich teilt früher haben wir mal gesagt brüderlich geteilt schwesterlich beschissen Ui Federn hast du genommen? Federn hab ich 135 einstecken das ist auch ein Holz hast du auch genommen ja also 158 das müsste erstmal reichen juhu ein Loot so welches Haus gehen wir dann? welches ist noch nicht gelootet? das weiß ich noch nicht wir müssen ja in das reingehen wo ach nee du hast du jetzt deine Questen fertig? ich? ne ne na dann lass uns doch das Haus nehmen wo du die Quest hast ach komm schon das gibt's nicht ja warte dann bin ich aber selber total falsch äh das Haus für die Quest ist mit euch geteilt im Nordosten da wo ich hier nochmal hin? Mushi bringt IO zur Verzweiflung erfolgreich abgeschlossen hehehe so flott zwei, drei mitkommen ok wir waren grad eben auch zu dritt ja zu dritt reicht nicht also ich hasse diese Geier wenn nicht wieder respawn ist dann vielleicht aber so ich bin auf dem Weg zum Haus ich auch ok dann geh ich mit ok dann geh ich auch mit welch Freude aus IO spricht Aldo kannst du mir kurz ne Sniper geben ich muss den Drecksviechern den Chaos machen äh kannst du mir kurz ne Sniper geben? nö die gehen mir auf die Nerven ich will einfach nur Stein klopfen und dann kommen vier von diesen Viechern angeflogen so ist das ich will nur Stein klopfen ich hab ja 220 Steine immerhin da muss ich sagen die Geier sind in einer ganz normalen Valella wirklich massiv geworden ja oh ja ja vor allem wenn du mehr als einen hast und die kommen von zwei verschiedenen Richtungen ja mhm dann bist du mehr als immer arisch also wie gesagt wo ich äh mit Native und Proxy zusammen teilweise ähm dass du das gespielt hab da waren äh volle Horten mit bei gewesen aber kurze Horten aber die waren knackig teilweise bin vorm Haus ja ich bin sofort da man muss die Meisterung dazwischen kommen so Beiklisch mach Beiklisch mach ich jetzt verrischt man hat ein Reset bekommen ok ja warte hab das Huhn noch gebrochen äh ist schon jemand drin ja ich bin drin äh ich nehm jetzt die Quest dann dann kann was bei dir spawnen ne warte dann geh ich raus warte ich komm auch noch mit ähm ihr müsst die Quest teilen sonst habt ihr die nicht zusammen können wir die teilen ja die kannst du teilen äh im Questbildschirm bevor du sie annimmst Mulki na super ja die kannst du teilen und dann können wir sie annehmen äh kannst du ja gut ok Quest sagt der ja ja ok warte bis alle da sind dann kannst du sie teilen müsste geshert sein ja warte ich komm auch noch ihr wisst wo kann ich die denn Alter das geht sowas von in die Hose mit sieben Mann in dieses kleine Haus rein das geht so auch in die Hose wenn das so im Weg steht wo kann ich die annehmen ok auch nicht ach da unten tier 1 Patch oder was ja und woher wisst ich denn das ist ja da ach da ok und dann auf den Haken und dann nehmt ihr sie an ah ja hab ich alle angenommen ja warte 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 ich muss noch kommen dann nehm ich das Fragezeichen äh Ausrufezeichen hier ne noch nicht weil ich sie auch hab ich weiß nicht ob ich dann außerhalb des Radius zähle go 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 ja ich bin schon da gleich 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 da ist ein Haken ja das nehm ich dann auf die Quest auf die Quest scheiße egal auf die Quest ich seh euch schon aber ne kannst du es aktivieren auf die Distanz schon wait for active Wollten wir nicht irgendwie Mollos Mollis machen oder so nehm an jetzt können wir ja das wird so lustig alter scheiße jetzt gehts ab hier hm ok jetzt gehts los ähh ich würde nur sagen einer geht noch rein ich muss ne Kiste looten einer geht rein lockt sie an alle gehen wieder raus und dann gibt's bum 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 Mucki der war daneben ach Mucki hat das mit der Kiste looten ok warte 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 Schrank 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 ja HH oli